moin moin und herzlich willkommen hier bei meinem kanal zu einer weiteren folge beyond the steel sky und ja wir befinden uns jetzt in der city wir sind reingekommen dank dem truck fahrer und ja ich würde sagen wir gehen hier mal rum und schauen mal wo die nächsten kniffligen sachen sein werden ist alles abgeschrottet wie man sieht hier können wir zum automaten gehen den können wir auch theoretisch können wir den auch hacken aber wir benutzen einfach mal um sonst was zu bekommen wieder wenn es klappt okay unser chip ist ja immer noch aus veraltet hier rein mal gucken das trotzdem funktioniert hier okay nächster dienst für sicherheit kann natürlich auch die security von dem dorf hier sein weiß man jetzt geht es richtig los guck mal jetzt kommt der es jetzt kommt erst was die credits die anfang kräftige folge leute und ich komme jetzt erst zu den kräftigen aber dann sind wir mussten die liebe zum beteiligen ich meine die haben die 26 jahre zeit die schichter natürlich jetzt ein highlight gerade aber das ist natürlich auch gar nicht aber darum geht es auch gar nicht bei der menschen die zahlen die geschichte und die rätsel schon ziemlich cool auf dem pc Ich kann das alte Spiel nur empfehlen, aber auch aus dem iPad geht es auch. Guckt ihr die an. Nicht schlecht, nicht schlecht. Oh, jetzt bin ich angedockt. Das ist Security. Mal gucken. Beziehungsweise Sicherheit. Gut einkommen. Ich kann allen das alte Spiel nur empfehlen. Wer so Monkey Island, Indiana Jones, und die ganzen von den Click-A-Jones von Lucasfilmen gespielt hat, der wird das auch gut finden. Hat einen gewissen Humor, aber auch gut. Aber nachher schauen, das macht keinen Sinn. Dieses Ort war ein Paradeus im Vergleich zu der Union-City, die ich all diese Jahre hatte. Joey hat sicherlich das Ort umgekehrt. Ich musste die Stalker finden. Und wer auch er war, Graeme war mein einziger Lied. Ich musste nur meine U-Chip-Probleme erstellen. Gut. Also gehen wir zum Service da. Vielleicht können wir da ja unseren Chip aktualisieren. Mal sehen. Rater Terminal. Schauen wir mal nach, wie das klappt. Wir haben, Grundy. Ich glaube, Sie sind gut auf diesem guten Tag. Eigentlich... Aha! Haben Sie probiert Dijon Buttercream Spankles? Es ist neu. Sieht gut. Das ist das Gefühl. Jetzt, Herr Grundy. Wir wissen beide, warum Sie hier sind, nicht wir? Ich glaube, wir sind. Ihre Firmware. Es ist schade. Es ist schade. Wir werden Sie dann ausprobieren. Schauen wir mal. Los geht's. Lass deine Hand auf der Plattform. Ok. Hier geht's. Oh, was ist denn? Wir sagen uns noch. Wir gehen jetzt. Wir gehen hier hin. Was ist sehr, viele? Was ist sehr, viele? Sie sagt, was das ist sehr, viele andere ein Moment ago. Sie haben noch etwas über meine Daten. Ich habe noch nicht. Sie lief, was ist sehr, viele andere? Ich habe nur gesagt, weil Sie das sehr, viele andere Sie haben. Großartig. Was kann ich noch für Sie machen, Citizen Graham? naja also wir wissen ja schon von der von der von dem anderen von dem hacker von der hätte ich jetzt dann Okay, dann gucken wir mal, wer ein Stocker findet. Ich sehe ein Fahrzeug. Eine Monopod-Station kann auf jeden Fall der Piazza gefunden werden. Es gibt irgendwelche Fahrzeuge in der Stadt, die Legs haben? Polite Request für Dissambiguation. Bei Legs? Du meinst ein Fahrzeug transportieren prosthetics, plat-packed furniture oder fried chicken? Ich meine ein Fahrzeug mit Legs für Propulsion. Du meinst ein Skateboard oder Scooter? Du hast keine Hilfe. Ich bin hier, um Hilfe zu helfen. 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 Ich schaue ein Kind, das zwei Tage vorhin ging. Und von welcher Seite der Stadt ging dieser Kind? Er war von außerhalb der Stadt. Ich kann nur helfen, dass du dich zu befinden. Okay. Danke. War ich hilfreich? Ja. Würdest du ein Surveys auslesen? Ja, machen wir mal. Ja. Warum nicht? Mal gucken, was die sagen. Question 1 of 100. Are you satisfied? Whoops. Gotta go. Now that I dealt with my YouTube problem, I needed to find out more about my new identity. Graham Grundy. Okay, gehen wir mal hier weiter links. Guck mal, wohin kommt. Ich brauche, was es hier noch so gibt. Das sind Automate. Müsste jetzt ja, müsste jetzt ja funktionieren. Das wir hier was rein bekommen. Das wir hier was rein bekommen. Kann man mal nutzen. Okay. Hey, hast du einen Moment? Für dich, Sir? Ich habe alles. Hast du nichts über die Kinder missen? Oh mein, das ist über meine Paygrade. Sind sie soziale Climbers? Nein, sie wurden in die Stadt aus der Gap. Ich habe sicher nicht etwas zu tun damit. Was machst du hier? Mein Name ist Hollow. Und es ist mein Glück für die wunderschöne Leute von Union City auf dieses Glorious Aspiration Day. Und was machst du? Also, soziale Climbers können mir ihre Aspiration broechen bringen. Und dann was? Ich benutze diese Maschine hier, um die Hologram geöffnet auf die Broechen. Ist das lustig? Es ist eine richtige Parade. Was ist ein Aspiration broechen? Es ist eine spezielle Anwendung für die Städte der Städte der Städte der Städte der Städte der Städte. Da sitzt man hinter der Städte der Städte der Städte der Städte der Städte der Städte. Es ist die Städte der Städte der Städte der Städte. Sie können durch die Hautliebungen nach unten drüber sehen. Ich fühle dich dann nach oben. Ich kann nicht warten. Gut. Das Museum war noch nicht öffnet. Ich hätte später zurückgekommen. Hooray, ein anderer Kunden. Bitte schenken Sie Ihren U-Tip, um zu bestellen. Komm her du Eierkopf. Eine frische Premium Spankel. Ach Quatsch. Noch ein paar Dosen davon, naja. Regen aber nicht mal. Ist das wirklich? Entschuldigung. Grüß Sie. Haben Sie noch eine extra-large Fluride-orange Spankel mit extra Fon? Ich weiß nicht, ob das meine Art. Ingenieblich. According zu Ihren Ordner-History, ist es Ihr neue Lieblingsbewerber. Meine Ordner-History? Ingenieblich, Citizen Graham. Sie lieben es. Du siehst ein sehr viel wie das Aspiration-Broach-Droid. Holo? Ich glaube so. Du bist der gleiche Modell? Entschuldigung, Herr. Und wie stolz ich auch bin. Holo ist ein guter Droid. Ein honorable Droid. Du bist ein echtes Fan, oder? Nein, Herr. Ich bin ein echtes Droid. Was machst du hier? Mein Name ist Barry. Und es ist mein Lieblingsbewerber, frische, krisp, Premium Spankels für die wunderschöne Leute von Union City. Du vorbereitetst die Spankels, um zu orderen? Nein, Herr. Das wäre unvergivably ineffizient. Ich muss nur den flavor aus der Dispensarie und... Voilà! Kann ich eine canne Spankels bekommen? Okay. Okay. Haben Sie alle covered? Nein, nein. Ein Koffer. Ein Koffer? Ein Koffer? Koffer-flagende Koffer? Nein, Koffer. Koffer-flagende Koffer-flagende Koffer. Koffer. Ich habe keine Ahnung, was du gerade jetzt sagen. However, all ranges of Spankels include 250% of your recommended Caffeine intake. Na gut. Bye for now. Have a great day! Guck mal. Da hatte ich mir vor allem diese... diese Jukebox da. The sound system project the music around the whole cafe. Kann ich das hacken? Please scan your YouTube to place an order. Hat unser Recht auf Spankels? Ah, okay. Da kann man das alles nochmal... Ah, okay. Gut. Das machen wir jetzt nicht. Aber das ist halt gut zu wissen. Dass man das einfach hacken kann. So. Gehen wir raus. Okay. Was können wir noch machen hier? In der Stadt. Was ist das denn da hinten zum Beispiel? Okay. Das wissen wir. Obwohl, jetzt können wir ja vielleicht mehr machen. Wir können jetzt zugreifen auf die Sachen, die der Graham hat. Ich konnte nicht Gramm's Messungen accessen. Ich habe das noch in meine Liste von Dingen, um zu schauen. Was ist denn da hinkriegen? Was ist denn da? Zier. Zier. Dass ihr Kultus diesen Monat erneut gesunken ist. Die Amazon-Systeme möchte Ihnen helfen. Eine glücklichere bessere. Sehr geehrter Herr Grumley, wir hoffen, Sie waren mit den Linsentauschen Ihrer Holosockel zufrieden. Vielen Dank für Ihren Kauf. Sie haben die Chance, eine Speckelsorte für Union City zu wählen. Okay. Lass uns die Daten durchgucken. Malte, ich wollte noch was anderes gucken. So. Das ist eine Holosockel. Okay. Mal zurück. Persönliche Daten. Nichts drin. Hätte sein können, dass er englische Bilder hat oder so. Hat er auch nicht. Guck mal, ein Kultusverlauf. Ist noch zieht. Nehmen wir noch auf 10 Dings. Dögeradgeber. Na gut. Gehen wir mal raus. Gucken, wo die noch hinkommen. Holowerbung, 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 Holowerbung. Holowerbung, Holowerbung, Holowerbung. Schauen wir mal. So. Die fahr vorbei. Oh, die Retterstartung haben. Ich hätte nie erzählt. Aber Joey, die Statue, jetzt, dass ich mein ausgetantes U-Chip Problem habe, war es Zeit, mich in meinen alter Ego zu schauen. Graham. Okay. So. Mal gucken, wie weiter geht. Was man hier noch so machen kann. Ich weiß es auch nicht. Das ist ein bisschen schwierig. Rausspringesystem. Kann man auch hacken, ne? Was können wir denn noch hier machen? Über dieses Bengals? Können wir noch mal wieder woanders hinfahren? Vielleicht mal probieren, woanders hinzufahren. Vielleicht nach heute. Ich mach weiter. Willkommen, Citizen Graham. Wo würde ich gerne gehen? Ich gehe rein? Ich wusste, Graham hatte irgendeine Verbindung mit Milo. Seine Haus wäre mein Bestand. In fact, mein einziger Leads. Geh mir zu Grahame, mein Haus. Lakeview Apartment. Natürlich, Citizen Grahame. Die Stadt wusste viel mehr über Grahame als ich. Ich habe mich nicht mehr über Grahame gehört. Als ich gekommen bin, als ein totes Mann, Grahame, ich habe mich über was ich verlassen. Aber ich habe keine Wahl. Ich habe mich gefunden. Ich habe den Stalker. Und wer auch er war. Grahame war mein einziger Lied. Wo wohnt er denn genau? In diesem geparkert hier? Wahrscheinlich, ne? Gehen wir da mal rein? Oh. Das Seale auf dem Boden zeigte mein Freund, Joey, so wie ich ihn erinnere. Als ich ihn in die Aufgabe, all die Jahre vor. Nein? Ich bin drauf. Hey, buddy. Watch where you're standing. What's your problem? What's your problem? Your face for one. Excuse me. Well, if you hadn't been staring at the floor like a moron, you'd have seen me. I didn't catch your name. I'm your mama. What? Do you live here? Do I look like I live here? I'm not from around here. Maybe everyone here looks like you. Yeah? And what do I look like? Trouble. Keep walking. Huh? Do you know where I can find Joey? Oh. I don't know. Weirdo. They say he walked into the gap. Or sailed across the sea. Either way, he abandoned us all in this place. You don't like it here? Needs more color. Wouldn't you agree? Do you know a guy called Graham Grundy? Nope. Sounds like a moron. In that case, let me introduce myself. Graham Grundy. Doesn't surprise me. Hm. What happened after Joey left? Well, duh. Council runs the city now. I'll leave you to... whatever it was you were doing. Aw, really? I'll miss you. Yes, I'm... very busy. Hey, dirtbag. What's your favorite color? Huh? You heard me. What's your favorite color? Green? Green? Green is not a creative color. Later, man purse. Later, uh... Backpack. Ha! You got nothing. Clearly not everyone in Union City was quite as courteous as they were happy. Okay. I don't know if that's a code from her. I don't know if that's a code from her. I don't know. Hm. Where are you gonna go home? I don't know if that's a thing. I don't know if that's a problem. I don't know if that's a problem, it's a problem. You're getting drunk. Oh, I don't know if that's a problem. Oh mein, ist es wirklich? Ja, es ist. Master Freem, du hast zurückgebracht, wie wundervoll. Oh, guten Tag, eh? Ich werde meine Frau und ihre Gäste informieren, dass ihr gekommen seid. Sie wird so glücklich sein. Nein, nein, das wird nicht notwendig. Sie wird übergegnet, dass ihr endlich zurückgebracht habt, die Familie der Familie. Uh oh. My apologies for the interruption, Madame Songbird. It's Master Graham. What about him, Chipwurst? It appears he has arrived home, Madame. He has, but that's wonderful. Oh, thank Joey. My dear husband is back. Ah, I was hoping to meet you, Mr. Grundy. Mentor Alonso, Ministry of Wellbeing. I was just here to investigate some irregularities. I'm sure my Graham needs a few moments to freshen up. Why don't I show you my Q-DOS records? Okay, I'm going to meet you. I don't know who you are, but right now we're both in a lot of trouble. So for both our sakes, you'd better convince the mentor that you're Graham. Um, yes, of course. I'll stall him. Just don't come through that door until you know enough about Graham to pass yourself off as him. Don't worry. You can count on me. I wasn't sure what I'd walked into. But if I was to convince anyone I was Graham, I needed to find out more about him. His job, his family, his state of mind. The mentor could ask me about anything. Information about Graham was scattered all over the place. All I had to do was look around. Okay, das machen wir. Gucken uns gleich mal an, worum es da geht. Also wer dieser Graham war. Damit wir den Typen überzeugen können. Aber das machen wir beim nächsten Mal. Ich danke euch fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Bis dahin. Tschüss. Bis dahin. Tschüss.